Ich bin Gerrit Vigas und ich bin Betriebsleiter bei Rhinos in Genemüden. Rhinos produziert seit über 90 Jahren Kokosnuss und Eingangsmatten. Wir standen vor der Herausforderung, dass wir die Rückseite der Matten individuell kennzeichnen mussten, und zwar je nachdem, in welcher Breite sie die Maschine verlassen. Denn wir produzieren unterschiedliche Formate, einmal große Rollen, einzelne Matten, aber auch Matten in Fliesenformen. Die bisher eingesetzte Lasermarkieranlage konnte unsere Produkte nicht mehr so individuell kennzeichnen, so wie wir es brauchen. Daher suchten wir eine neue Markierungsanlage, die sehr flexibel ist und sich an alle Formate anpassen kann. Also haben wir uns zusammen mit Weber ein spezielles Drucksystem ausgedacht. Was für uns am Ende entwickelt wurde, ist eine Lösung, mit der die Druckköpfe nicht alle das gleiche drucken, sondern alle breiten Änderungen der Matten durch automatisches Ein- und Ausschalten der Köpfe individuell gekennzeichnet werden können. Mit diesem speziellen Schaltersystem müssen wir uns also keine Gedanken mehr machen. Der Code landet jedes Mal zuverlässig an der richtigen Stelle. Der Vorteil des Weber-Systems besteht für uns darin, dass wir mit acht separaten Tintenköpfen arbeiten können. Die Rückseite unserer Produkte bei der Produktion ist drei Meter breit, also breiter als normal. Mit den Druckköpfen können wir die gesamte Breite abdecken und dann markieren. Außerdem passt sich die Anlage bei breiten Änderungen automatisch an. Wir sind von der Leichtigkeit der Austauschsprachenpatronen begeistert und damit natürlich auch von der Wartungsfreundlichkeit. Wir produzieren auch Produkte in Fliesenform. Für einige unserer Kunden ist es wichtig, dass sich das Produkt in Bretter schneiden lässt, die manchmal sehr, sehr schmal sind. So können wir auch jede Form hier gut markieren. Ich fand die Zusammenarbeit mit Weber sehr angenehm. Bei der gemeinsamen Suche nach einer Lösung war das Team sehr flexibel und Weber hat alles genau erklärt, haben sich die Zeit genommen, um herauszufinden, wie etwas genau funktionieren soll. Und wenn wir während der Produktion nicht weiterkommen, genügt oft nur ein Anruf. Das ist schön. Weber hat für uns eine sehr flexible Lösung gefordert.